Leute, heute sind wir wieder back in einer freshen neuen Folge Minecraft-Freunde. Und zwar, Leute, ihr wisst ja, wir haben diesen Krankenwagen, aber das Ding ist, was wir nicht haben, ist so eine richtige Arztpraxis. Das möchte ich natürlich heute ändern, deshalb bauen wir heute eine nice Arztpraxis, Leute. Dafür bauen wir als erstes das Fundament. Wir haben leider nicht so viel Platz. Wir müssen uns hier so ein bisschen zwischenquetschen, wo hier noch so ein bisschen Platz ist, Leute. Aber das ist gar kein Problem für uns, würde ich sagen. Also hier haben wir zwei Freie, hier haben wir zwei Freie, also gehen wir hier zurück. Hier ist auch direkt der Birkenwald. Und dann versuchen wir, so weit nach hinten zu gehen, wie es geht. Ich habe übrigens eine kleine Kiste vorbereitet, Leute, damit das hier auch alles ausreicht. So, dann machen wir hier mal das Unkraut weg und darunter machen wir auch mal den Boden weg. Zack, zack. Ich finde, in der Arztpraxis ist es immer so ein bisschen weiß. Deswegen will ich auf jeden Fall weiße Säulen so einbauen. Das andere machen wir natürlich auf der Seite auch. Und dann können wir hier so eine Art Fundament bauen. Und dann kann hier die Tür reingeknallert werden. Dann machen wir hier Birke hin. Und das entrinden wir einmal. Hier oben wird das dann zugemacht und dann kommen da Fenster rein. Ja, kann man erst mal machen. So, das machen wir hier hinten natürlich auch. Und dann können wir das Ganze hier hinten verbinden. Wir gehen einfach mal komplett um das Haus hier rum. Ah ja, richtig. Die Tür machen wir hier zu. Deshalb kann das hier auch zu. Perfekt. Und dann können wir schon die ersten Gläser hier verbauen. So, Stufen kann man sowieso immer gebrauchen. Die würde ich jetzt hier hinten hin machen. Und dann holen wir uns einmal einen Wassereimer, platzieren das hier und machen ein bisschen roten Beton. Weil man muss ja auch erkennen können, dass wir eine Achspraxis gebaut haben. Und deshalb mache ich hier jetzt einfach so ein rotes Plus bzw. Kreuz hin. Ah, ich weiß nicht, ob das zu groß ist. Vielleicht sollten wir es lieber kleiner bauen. Ja, klein, aber fein. Das passt so. Und dann platzieren wir hier außenrum einmal solche Stufen. Und jetzt brauche ich noch irgendwie sowas Weißes. Weiße Wolle, weißer Trockenbeton. Ja, weißer Trockenbeton. Und platzieren das einfach hier hinten. Genau. Hier nochmal so eine Extraschicht oben drauf. Ah, da habe ich was verkackt. Und dann nehme ich mal so einen glatten Stein und mache daraus ein paar Treppen. Vielleicht reichen... Ja, 32 reichen auf jeden Fall nicht. Und die platzieren wir hier drüben. So, dann machen wir hier nochmal so Quarzsäulen hin. Dazwischen kommen dann irgendwelche Mauern oder so. Kann ich auch die Dinge hier reinmachen? Oh, ich kann keine Birkenstämme hier reinmachen. Schade. So, jetzt nehme ich Birkenstämme und entrinde die mal ganz fix. Weil ich glaube, die will ich benutzen, um hier so ein bisschen Stabilität reinzubringen. Die machen wir jetzt alle zu diesen hier. Und dann machen wir hier solche Stämme. Und dann platzieren... Ah, das sieht doof aus. Vielleicht ein bisschen. Nee, das lassen wir so. Das geht so schon, Leute. Dann platzieren wir hier und hier noch so einen Steinziegelblock. Und hier drüben kommen dann die letzten Mauern hin. So, dann machen wir dazwischen so einen Eichenstamm. Zack. Boah, von vorne ist das schon fast fertig. Was für eine Tür brauchen wir? Wir brauchen irgendwie so eine Tür, die so arztmäßig aussieht. So eine Glastür vielleicht? Ich mache jetzt einfach mal so eine Glastür. So, und so. Boah, gefällt mir richtig gut. So. So, also die Front ist fertig, würde ich sagen. Dann füllen wir mal den kompletten Boden mit Birkenholz. So, einmal komplett ausfüllen. Dann müssen wir natürlich noch die Seite machen. Die können wir ja nicht so einfach weglassen. Und dafür brauchen wir einfach nur unsere Treppen und machen dieses Fundamentmuster. Holen wir ja nach. Also wiederholen wir, nicht holen wir nach. Hier müssen wir mal kurz die Birke abbauen. Boah, das hat perfekt gereicht für die Seite. So, dann brauchen wir noch mehr Treppen. Hier können wir das ja einfach zumachen. Warum sollten wir hier Treppen platzieren? Wenn man die eh nicht sieht. Zack. So, dann haue ich hier in die Mitte so ein Quarzdingens. Hier in die Mitte noch so ein Dingens. So, und dann machen wir zwischen dieses entrindete Holz und hier drüben das Normale. Das machen wir hinten auch. Und das machen wir basically überall. So, dann würde ich sagen, hier machen wir ein größeres Fenster rein, weil ich glaube, hier will ich das Wartezimmer reinmachen. Und hier können wir auch eins reinmachen. So, dann nehme ich mir einfach mal Quarztreppen und mache das Ganze hier einmal zu. So, das machen wir einfach komplett nochmal rundherum. Vielleicht haben wir dann sogar zwei Stockwerke wieder. Ich liebe zwei Stockwerke bauen, Leute. Und ich glaube, wir machen das hier einfach mit weißem Beton zu. Trockenbeton natürlich, Leute. Ich hoffe, das reicht. So, hier wieder auf der anderen Seite ganz vorsichtig die Treppe platzieren, damit wir uns nicht verbauen. Okay, und dann machen wir das hier alles zu mit glatten Quarzstufen. Dafür habe ich hier so lange im Nether gefarmt, Leute. Und das brauchten wir alles für dieses kleine Arzthaus. Irgendwas habe ich hier verkackt. Und zwar habe ich normale Quarzblöcke hier auch benutzt. Ist aber nicht so schlimm, weil ich dachte mir, es sieht eh ganz geil aus, wenn das in der Mitte so ein anderes Ding ist. Also machen wir außenrum glatten Quarzstein. Zack. Und in der Mitte machen wir dann den normalen Quarzblock rein. Den hier. Das ist unsere kleine Arztpraxis. Noch ein bisschen unfertig, aber gefällt mir schon sehr gut. Hier ist noch ein Baufehler. Das wird sonst reklamiert. Und ich glaube, wir machen einfach mal Quarzstufen, die hier, und platzieren die einfach hier oben. Weil dann haben wir eine zweite Etage und dann haben wir nochmal so eine zusätzliche Decke. Weil das sieht ja schon ein bisschen hässlich aus hier gerade. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass die ganzen Quarzsachen hier auf jeden Fall halten. Ich dachte, ich hätte zu wenig gefarmt. Perfekt. Okay, das hier müssen wir dann ein bisschen aufreißen, weil hier kommt auf jeden Fall das Wartezimmer hin. Hier machen wir die Anmeldung. Oh, hier müssen wir aufpassen, nicht, dass die Dinger sich connecten. Okay, dann machen wir hier die Anmeldung hin. Zack, zack, zack. Oh, hier kann man gut sitzen. Hier kann man dann auch rausgucken, während man arbeitet. Ich fange ja schon mit der Inteneinrichtung an, Leute. Ist das krass. So, hier habe ich jetzt noch so einen Birkenstamm hingemacht, damit die Wand irgendwie mehr aussieht wie eine Wand. Ich muss mich erst mal auf die Räume konzentrieren. Anmeldung, Wartezimmer. Und dann würde ich sagen, kommt hier ein Behandlungszimmer hin, oder? Ein Behandlungszimmer. Zack, das hier reißen wir auf. Zack, hier kommt dann die Tür rein. So, und das hier, ob wir das jetzt zumachen können, dass es dann mehr aussieht, so wie na... Ja, machen wir mal, Leute. Was soll der Geiz? Hier können wir theoretisch noch eine Treppe nach oben hin machen. Wir haben noch ein bisschen Treppen. Von daher würde ich sagen, wir machen es einfach. Und dann kann man oben so das Labor, oder falls man hier stationär aufgenommen werden muss, kann man da hin machen. Also, was müssen wir aufreißen? Das, 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 das. Und hier landet man dann oben. Oh Gott, ich habe Ton abgebaut, das wollte ich gar nicht. Hilfe. Das müssen wir natürlich reparieren. Oh, das habe ich... Ah, okay, da habe ich... Da habe ich Bockmist gebaut, Leute. Ich glaube, hier kann man einfach noch ein Fenster hinbauen. Dann kommt hier so ein Patientenzimmer hin. Glas haben wir zum Glück noch ein bisschen. Und dann brauchen wir solche sogenannten Shutter, damit wir das hier notfalls zumachen können. Okay, dann machen wir hier so eine Art Flur hin. Hier kommt auf jeden Fall ein Raum hin. Ich orientiere mich hier einfach nur am Fußboden, Leute, wenn ich ehrlich bin. So, hier kann man dann in ein Zimmer reingehen. Und hier ist auf jeden Fall eine Station. So, das machen wir weiß. Ups, das war der falsche Block. Und dann würde ich sagen, dann steht unser Raumkonzept. Wir brauchen nur eine andere Tür. Ich glaube, ich mache eine ganz normale Billo-Birken-Tür hier rein. So, dann kann man hier auf jeden Fall nicht durchgucken. Hier auch nicht und hier auch nicht. Bisschen Privacy, ne? So, dann machen wir hier natürlich noch ein bisschen Licht rein. Hier eine Lampe. Und hier auch ein bisschen Licht. So, dann machen wir auf jeden Fall einen Stuhl hin für die Anmeldung. Ah, ich war schlau. Ich habe sogar Bücher mitgenommen. Dann craften wir mal ein paar Bücherregale, Leute. Da man das hier eh nicht sieht, können wir uns ja hier einfach wunderbar reinbauen. Zack, und hier kommen dann die ganzen Bücher hin. Die Akten von unseren Kunden. Können wir hier noch ein Regal hinzimmern. Perfekt. Oh, wir brauchen blauen Farbstoff, weil ich glaube, ich will so blaue Stühle machen. So, wenn ich an Arzt denke, denke ich so auf jeden Fall irgendwie an blau. So, dann müssen wir erst mal hellblauen Farbstoff machen, weil ich meine diesen hellblauen Stoff. Und dann machen wir... Oh, es fehlt Wolle. Die haben wir aber hier gesaved. Ich weiß nicht, ob drei Stühle reichen, aber mal gucken. Also einer soll auf jeden Fall hier sitzen. Einer dort, einer da. Ah, und dann machen wir noch mehr blaue Stühle. Dann können ja auf jeden Fall schon viele Leute sitzen. Dann brauchen wir natürlich hier einen Birkenholztisch und hier drüben auch einen. Wo so Zeitungen und so drauf sind vielleicht. Und die Mitarbeiterin kriegt auch einen Tisch. Okay Leute, jetzt brauchen wir ein paar Science Gems, um unsere Science Sachen da zu machen. Oh, was? Wo klicke ich hin? Um unsere Science Sachen zu machen. Das craften wir einmal hier. Und dann können wir auch diesen Medical Screen bauen. Und dann können wir nämlich jetzt in das Arztzimmer gehen. Und können, würde ich sagen, hier diesen Medical Screen hinbauen. Ah, passt der so? Ah, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir noch einen Ticken nach hier. Ja, okay. Das sieht gut aus. Hier kann man sich dann umkleiden. Boah, das ist doch auch geil. Zum Glück habe ich sogar noch Steine. Kann ich jetzt so einen Steinknopf machen? Aber uns fehlt roter Farbstoff. Den habe ich zu Hause. Aber wir müssen eh noch ein paar Sachen holen. Keine Sorge, Leute. Ah, perfekt. Roter Farbstoff haben wir noch nicht mal hier. So, okay Leute. Dann fiel mir noch was ein. Wir brauchen natürlich einen Taschenrechner hier für die Anmeldung. Klatschen wir hier hin. Uh, nice. Boah, dann so eine Lupe. Lupe kommt immer sehr gut. Lege ich mal hier kurz auf den Boden. Ich würde nämlich, lass mich überlegen, hier so einen Tisch hin. Das ist kein Tisch, das ist ein Stuhl, Elina. Hinbauen. Dann machen wir einen ganz einfachen Tisch. Weil man muss ja als erstes, der Arzt muss ja als erstes befragen, wo es denn wehtut. So, hier drüben sitzt dann der Patient. Kann ich das hier wieder aufnehmen? Ja, dann kommt das hier hier hin. Perfekt. So, dann würde ich jetzt auch das erste Patientenbett bauen, wo sich dann der Patient so hinlegen kann. Ich hoffe, das passt noch hier hin. Boah, das passt sehr gut hier hin. Und was mich die ganze Zeit schon stört, Leute, ich mache jetzt mal so ein paar Quarztreppen. Ich rede Quarztreppen, ich labere so viel Müll, Leute. Quarzfalltüren, die kann man dann hier einfach platzieren. Kann man dann hier noch durch. Ja, ist nicht mehr ganz so chillig, aber man kann hier noch durch. Aber das hat mich ein bisschen gestört hier an der Seite. Können wir hier oben natürlich auch noch hinmachen, damit hier keiner durchfällt, wie ich in Mathe. So, hier drüben. Und hier auch. Perfekt. Dann brauchen wir hier noch so einen Vital-Monitor. Den machen wir mit diesen Glasscheiben. Ah, und einem Eisenblock machen wir auch. Zack. Und dann haben wir hier so ein Vital-Signal-Monitor. Boah, das ist geil. Passt auf, das machen wir hier hin. Wow, Leute, wow. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Bücherregale. Bücherregale sind so teuer, Leute. So ultra teuer. Ja, das machen wir hier hin. Jetzt wird schon so ein bisschen eng und muckelig, muss ich sagen. Wir machen noch eine Lupe, denn mit der Lupe macht man dann auch noch dieses Mikroskop. Und das brauchen wir natürlich auch. Und dann würde ich auf jeden Fall noch so eine Laterne hier hinbauen. Weil hier ist es mir ein bisschen zu dunkel gewesen. Oh, das müssen wir natürlich noch machen. Das ist doch Pflicht hier. Das machen wir direkt hier hin, damit man weiß, wo wir arbeiten. Hier können wir noch diese... Oh, Logo ist da. Wow, unser erster Patient vielleicht. Ey, wir müssen schnell ein Bett nochmal craften, Leute. Na, ich wollte hier was falsch herum machen. Okay, okay, wo, wo, wo? Das Patientenzimmer, das Patientenzimmer. Puh, das müssen wir jetzt schnell fertig kriegen. Ähm, zack. Hier, hier kann einer leben. Dann können wir hier noch so zwei Stühle hinmachen. So für Besuch und so. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch... Ja, genau. Einen Tisch. Zack. Oh, ich muss nochmal kurz Knochenmehl holen, Leute. So, dann kommt das hier auch wieder hier hin, würde ich vorschlagen. Passt perfekt. So, dann brauchen wir auf jeden Fall hier oben auch noch so ein Screen. Wir müssen ja checken, ob es unseren Patienten gut geht. So, dann machen wir hier noch so eine Lampe hin. Perfekt. Hier drüben kommt natürlich auch noch eine Lampe hin. Ja, und hier oben? Ja, hier oben. Hier oben können wir auch noch eine Lampe hinhauen. Boah, Leute. Also, ich muss sagen, ich finde unsere kleine Arztpraxis ziemlich nice. Hier kann man behandeln. Mikroskop, Lupe. Hier kann man sich umziehen. Mega nice. Hier kann man die Treppe hoch. Zack. Dann kann man hier seine Minecraft-Freunde besuchen, die einen fetten Elytra-Unfall hatten. Vorhänge wären, glaube ich, noch ganz nice. Ne? Man muss ja hier diskret bleiben, Leute. Warum man drei Vorhänge macht. Ohne Witz. Die meisten Menschen machen doch eh zwei Vorhänge. Okay. Falsch rum. Perfekt. Dann platzieren wir das hier. Und einmal hier. Wunderschön, Leute. Ich höre jemanden. Logo. Da ist er weg. Kann ich hier auch so Stufen machen? Oha, voll geil. Ich überlege nämlich gerade was. Ich überlege, einen Helikopter-Landeplatz zu machen. Aber warum nicht, Leute? So, wir machen hier ein H hin. So. Kann man hier mit einem Helikopter landen. So, wir machen auf jeden Fall auch eine Klingel hier, ne? Zack. Kann man hier klingeln, wenn es... Oh. Egal. Oh, schade. Wir können die Klingel nicht an der Wand platzieren. So, okay. Dann wird der Tisch halt zwei breit. Dann können wir hier diese Klingel machen. Für Notfälle. Wisst ihr? Und da eine Lampe. Oh Gott. Nein. Nein. Oh Mann. Was, wenn wir die Notfallklingel hier so reinbauen? Ja, kann man machen. So, dann machen wir ein Schild. Und ich glaube, diese Falltür hier, die baue ich einfach mal ab. Die ist nervig. Zack. Dann kommt hier Quarz rauf. Und dann heißt das Dickfett Notfallklingel. Nur in Notfällen. Ne, nur für Notfälle. Zack. Und dann machen wir das rot. Hier können wir noch einen Tisch hinbauen. Zack. Dann würde ich sagen, bauen wir noch so ein Zimmer. Ich meine, wir haben noch genügend Materialien. Why not? So, hier machen wir aber ein bisschen professioneller. So, hier stellen wir eine Lampe rauf. Der Kollege hier. Au, au, au. Mist gebaut. Der Kollege kriegt sogar ein Bücherregal. Und der kriegt auch eine Klingel. Das sieht irgendwie komisch aus. Natürlich kriegt der Patient auch ein paar Plätze. Und natürlich bekommt der Patient auch noch so ein Vitalzeichenmonitor. Zack. Ja, ist doch perfekt. Jetzt fehlt noch ein bisschen Deko. Ihr wisst, was ich meine. Wir ballern das hier alles mit Blumentöpfen zu. Und dann haben wir es, Leute. So, drei fette Major Blumentöpfe. Ein paar kleine. Und natürlich Gemälde dürfen... Ah, das ist ein Rahmen. Das ist ein Rahmen. Wir brauchen ein Gemälde, ein richtiges. So, und dann machen wir jetzt den letzten Deko-Feinschliff für unsere kleine süße Arztpraxis. Und dann sind wir auch schon fertig. Okay, das Gemälde ist ein bisschen zu groß. Ich hätte es gerne ein bisschen schmaler. Jupp, das passt. Okay, das ist mir auch ein bisschen zu groß, muss ich sagen. Ne, gibt es hier nicht ein cooleres? Oh, okay. Ja, das kann man nun nehmen. Und jetzt noch so ein kleines vielleicht. So ein ganz lülles. So ein ganz winziges. Oh, das waren süße Katzen. Ich will die Katzen. Ich will die Katzen. Da sind sie. Süß. Okay, Blumentopf. Okay, da ist keine Pflanze drin. Scheiße. Egal. Major Blumentopf mit Blume drin. Geht das hier oben auch. Perfekt. Hier natürlich auch. Wunderbar. Hier kann auch eine Blüme rein. Und dann pflücken wir aus unserem Garten mal ein paar Blümchen. Komm schon. Können ein paar Blümen. Hier eine. Und einmal dort eine. Perfekt, Leute. Und das ist unsere fertige Arztpraxis. Sieht doch wunderbar aus. Schließen wir ab. Die Materialien verbuddeln wir wie immer darunter. Zack, zack und zack. So. Und hier hinten hatten wir auch noch was verschmutzt. Und dann passt das hier passend zum Krankenwagen. Hier unsere kleine Arztpraxis. Finde ich sehr, sehr nice, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein, Leute. Tschüssi. Frags sind am Start und alle gehen hart. Es geht ab, ab, ab. Ja, die Frags sind am Start und alle gehen hart. Also jump, jump, jump. Frags sind am Start und alle gehen hart. Es geht ab, ab, ab.